Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines und ich bin immer noch so gut aufgedreht wie davor und ich weiß immer noch nicht wieso. Wir haben ja hier so ein bisschen Probleme mit dem Verkehr, deswegen bauen wir ja jetzt unsere Industrieabteilung hier hinten irgendwie und haben hier gerade das erste aufgemacht, als jetzt auf einmal diese interessante Info reinkam. Bedeutet, wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten und ich würde sagen, wir legen los. Bedeutet, wir müssen jetzt als erstes, als erstes, als erstes, äh, den Plan hier finden. Nahrung, haben wir schon für das Ding einen Plan gemacht? No, haben wir nicht. Ah, es sind, oh warte, dann ist es scheißegal. Dann tun wir einfach alle evakuieren. Wir haben, Moment, aber, was? Wir haben noch... Habe ich mich da nie drum gekümmert, irgendwie wenigstens irgendwas zu machen, was wenigstens zum Beispiel die City mal so betrifft? Einen Radio Tower wenigstens? Ja, habe ich. Ah, natürlich nur wieder einen. So, nehmen wir die Autobahn noch einen. Eine Boje brauche ich nicht. Sowas wäre vielleicht in der Zukunft gekommen. Aber sowas habe ich schon gebaut, oder was? Ein Wetter-Fucking-Radar habe ich gebaut. Oh, sch... Ey, das kann doch nur uns passieren, oder? Ich habe hier extra gerade so eine schöne Autobahn gebaut. Mit schöner Kreuzung, wo endlich... ...unser Industriegebiet gespriesen soll. Was passiert? Die höchste Gefahr geht genau da. Ah, ich habe es natürlich drauf. Aber es ist nur zu sparen. Was ist das? Das war die Polizeiwache. Ey! Das war meine Autobahn! Warte, die kann nicht... Alter! Nee! Hör auf! Da hört's! Es hätte ja auch nicht irgendwie so bei der Hälfte gereicht, oder? Ich hasse dieses Spiel. Ist gut, ich habe es kapiert. Wir reparieren... Oh, ja schon. Es war nicht Absicht! Es war nicht Absicht! Ich habe das nur zu reparieren. So. Warte mal. Die haben mir hier die Hälfte des Gebiets kaputt gemacht. Das können wir schnell reparieren. Warte mal. Terror. Terror. Ähm. Was habe ich denn hier eigentlich... Ja, sehr schön. Ich habe keinen Plan mehr. Ich habe das irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht. So. Und dann... Was ist denn das? Wer hat das denn gekriegt? Und wie viel hat mich das jetzt gekostet? Alter. Das war... Das war nicht mein Plan. Ich habe irgendwie... Mod... Ich habe keinen Plan von diesem... Mod... Pinselstärke... Und... Größe. Okay, passt. Jetzt ist alles wieder so ein bisschen angepasst. So. Lass mich raten, die Unter... Okay, angeschlossen. Und jetzt hat... Warte mal. Hier war eine Polizeistation, wenn ich mich nicht irre. Eigentlich mal. Hier hinten die Ecke. Und ich glaube... Oh. Oh, ho, 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 ho. Achso, wir haben es jetzt schon benutzt. Ich wollte gerade sagen, was Neues. Ah, dann kriegt das kaputte Gebiet gleich mal Hochgebäude. Und jetzt müssen wir die Autobahn... Mann! Ich habe sie gerade so schön gebaut gehabt. Aber zum Glück war es nicht sicher. Ich habe echt gedacht, es wird viel, viel mehr. Also sie haben zum Glück irgendwie nur die Hälfte erwischt. Also... Ich rede in der Siebperson von einem Erdbeben. Ich bin eindeutig verrückt geworden. So. Jetzt können wir wieder vorspulen. Aber ich schicke gleich die ganzen Leute nach in den Leben. Ihr könnt wieder raus. Alles wieder gut. Nur ein paar Häuser eingestürzt. Es hat ja nicht mal die Schule... Was sind die überhaupt? Evakierte... Äh... Entwicke... Bügel... Wow. Wie viel waren hier drin? Was heißt denn hier? Wollte ich hier eine Route etablieren und habe die... Oh, okay. Jetzt weiß ich, dass es hier falsch war. Also hier waren, glaube ich, ein bisschen mehr drin. Warum ist hier was kaputt? Lichter Residenz? Kommt hier auch ein Team hin oder... Darf ich das jetzt entfernen? Scheint das nicht... Oh. Ich glaube, der wollte gerade hin. Wie? Wie? Oh, hier brennt die Hälfte gerade ab. Was stand hier? Holzresidenz. Aha. Vom Holz. Ja, Holzer, oder was? Alter. Wo hat der alles kaputt gemacht? Das wird ihm noch leid tun. Ich schwöre. Der hat mal eine komplette... halbe Wasserversorgung irgendwie gekappt. Und die Hälfte hat er von euch nicht mehr mitbekommen. Alter, da war es Epizentrum und da hinten ist was kaputt. So, okay. Ähm, wir brauchen... Wie Wasser fehlt. Ihr könnt mich mal mit eurem scheiß Wasser... So. Jetzt... Machen wir diesen Kreisel hier dicht. Mir scheißegal, wie dicht er am Ende ist. Ich bin eindeutig dichter teilweise. Gott, diese Sprüche machen wir hier gerade echt fertig. Und ich weiß noch nicht, wo die gerade herkommen. Die kommen einfach so aus dem Flow heraus. Warum... Wasser verfügbar... Warum ist die... Oh. Dann ist klar, warum so wenig Wasser verfügbar ist. Jetzt ertrinkt. Jetzt kriege ich auch wieder... Hoffentlich Bürger. Irgendwie. Jetzt entstehen auch überall Residenzen wieder. Was hast du denn? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Was ist mit euch los? Warum lauft ihr hier habt Autos? Normalerweise, glaube ich. So, das ist das Erdbeben. Erkennungsreich war der 2 Kilometer. Moment mal, das ist... Also im Umkreis von 2 Kilometern erforscht das Ding. Das sind 2 Kilometer? Sind also 1 Kilometer eine große Stadt? Ich bin stolz auf mich. Ich liebe diese Recycling-Center. Die sind cool. Müllver... Da bräuchte ich eindeutig noch einiges mehr von diesen Verarbeitungszentren. Los, ihr Verarbeitungszentren! Fahrt! What the fuck habe ich hier für einen Verkehr? Wo wollen denn die alle hin? Ah ja, stimmt. Wollte ich das zu einem Kreisel umbauen? Ich weiß es nicht mal mehr. Mann. Wir können das... Weißt du was? Das probieren wir jetzt einfach. Wir machen das zu einem fucking Kreisel. Mir ist scheißegal. Und zu einem Mega-Kreisel noch dazu. Wie wär's denn mit so einem... Äh... Ja... Was ist denn das? Ein sechsspuriger... Geil... Wir machen da draus... Wir machen da draus eine sechsspurige Einbahnstraße. Ne? Also so mal... Off easy. Wie kommst du mitten auf die D? Yo, jetzt drehen wir uns um. Genau, da lang. Habt ihr es jetzt auch schon kapiert? Eigentlich voll bescheuert. Aber hey, Kreisel. Und den... Und den müssen wir jetzt... Das wird jetzt nur Aufwand. So, erstens werden jetzt hier überall die Ampeln ausgeschaltet. Alter, das ist ein heftiger Kreisel. Vor allem mit dem Aufwand, den wir jetzt betreiben. Oh shit, das ist ja... Oh shit. Hier die mit hier, hier die. Ähm... So. Wir müssen uns jetzt erstmal um die Kreiselfunktion kümmern. Warte mal. Das machen wir am... Ach, scheiße. Du gehst... Darüber... Und... Dahin. Du gehst dorthin... Und du gehst dorthin. Du gehst... Ähm... Dahin. Dorthin. Alter, das geht sich perfekt aus. What the fuck. Hier hin. Und du gehst nach da ab. Und du darfst... Auch nach da. Und nach da. Und du darfst nach da. Shit! Was hab ich da... Alter, das ist ja nicht kompliziert. Das ist mega kompliziert. Okay, wir machen das mal schnell durchlaufen. Du nach hier. Ja, du nach hier. Zack. 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 Du... Gerade außen abbiegen. Du abbiegen. Du abbiegen. Und du abbiegen. Und geradeaus. Okay. Wie viel Kaisel kann man... Oh, ich mach nie wieder den 6. Sprüchen. Nice. Da ist nichts. Das ist der... Eine Punkt, der wahrscheinlich am flüssigsten am Ende läuft. Weil... Fuck that shit. Magic. Fuck that shit. Magic. Ey, ich hab's echt drauf. Ähm... Fällt was auf, wir müssen... Oh, jetzt muss ich den wieder... Oh, oh, oh. Na, den fühl ich mich gerade. Äh, so. Und so. Und der muss hier... Alter, hier verliert man so ganz... Nur so dezent den Überblick. Aber... Was man dazu sagen kann... Man hat genügend Linien, dass man nicht sagen kann, man hat zu wenig Platz für Autos. Was wir jetzt noch machen müssen, sind Regeln. Und zwar, du fährst durch und es hier gibt keine Überwege. Bedeutet... Hier auch nix drüber laufen. Nix machen, looki, looki. Du drüber fahren. Hier auch nix drüber laufen für Fußgänger. Und hier so. Und ich glaub, eine Ecke hab ich übergesehen, genau. Und hier genauso. Und drüber. Schau, wie gut es funktioniert. Ich hab keinen Plan. Ach, schaut recht gut aus. Ist das schon... Echt verdammt flüssig aus. Lass mich raten, hier hab ich Ampeln gebaut. Ach, ne, Fußgänger. Oh. Wie ich Fußgänger teilweise hasse. Kann ich das Ding versetzen? Das würde ich hier gerne so an den Kraterrand setzen. So, hier hin. Ja, dann würde ich... Gibt's hier einen Fußgängerweg überhaupt? Jo, das ist der Fußgängerweg, oder? Jo, das ist Fußgänger. Weil ich glaub, wenn ich hier jetzt einen 4-Punkt... Dann musst du aber mal weg hier, glaub ich. Ansonsten schießt du, glaub ich, einen Weg. Ähm, wir müssen jetzt einen Fußgängerweg bauen. Und zwar... Nee! So. Eins, zwei, drei. So. Irgendwie funktioniert auch grad meine Maus hier. Ich will auf das Viereck! Mann! Lass mich meine Träume erfüllen. Gott, ist bereits ver... So. Gott, wie ich teilweise diese... Kann ich das umschalten, bitte? Außer, außer Straßennetzvergaben? Nee, das ist Straßen. Dann ist es Netz. Ja! Oh! Dankeschön, lieber Himmel, dass du mir auch mal noch eine Chance gibst. Irgendwie was zu reißen. Dafür wird jetzt dieses Haus sterben. Oh. Eventuell aber falsch. Alles funktioniert. Hey! So. Gefälle zu stellen. Da ist das einzige, wo das Gefälle zu stellen ist. What the fuck? Okay. Ähm, wir sollten diese Dinger wieder anmachen. Ansonsten bin ich ziemlich aufgeschmissen. Jetzt laufen die über den komplett sicheren Punkt hier. Eigentlich könnten wir den anpassen, oder? Rein theoretisch könnten wir sagen, okay, jo, Ding. Dann gehen wir hier nach vorne. So real talk zu hier in die Ecke. Weil Harnet, diesen... Wenn ich hoffentlich... Ich glaube, ich glaube, ich kann auch dann nur den Punkt... Oh, Mann! Den habe ich aus der Mitte rausgeschoben. Scheiße! Das war jetzt nicht so ganz der Plan. So. Und dann den Punkt hier noch so nach vorne an die Ecke. Und den hier auch. Ha! Perfekt. Es schaut zwar krumm wie ein Stiefel aus, aber scheiße. Warte mal. Kann ich den Punkt nicht anheben? Oh, dann passt es noch besser. Alter, hier geht es auch voll runter. Was ist hier los? So. Den nutzen jetzt die ganzen Leute, um in die Mitte wieder zu kommen. In der Mitte können sie dann wechseln. Und halt durch den Garten laufen. So. Und die anderen müssen halt hier einmal außen rumlaufen. Ist halt so jetzt. Dafür denken sie sich mittlerweile... Leute, der mittlere Weg ist jetzt nicht unbedingt... Oh, ich habe eine Idee. Aber es gibt doch diese Restrictions. Oh mein Gott. Hier dürfen keine Autos lang, keine Busse lang und keine Taxis lang. Genau so hier nicht. Und auch keine LKWs. Bitte keine LKWs. Nein. Dann will hier keiner raus und keiner rein. Außer die... Oh. Warte mal. Ist irgendwie andersrum. Außer die Leute, die hier auch wirklich rein müssen. Jo, das ist übelst genial. Alter, ich bin einfach crazy as shit, ey. Jetzt müssen die Leute halt jetzt Fuß rein. Vielleicht sollten wir dann hier eine U-Bahn-Station irgendwie... Kann ich U-Bahns bauen? U-Bahns... Ich kann irgendwie schon alles bauen. Wie groß sind wir? 12.000 nur. Hä? Warum kann ich denn schon alles machen? Ich habe noch nie mal einen Postboten gebaut. Oh mein Gott. Die City ist ohne Postbote. Mit der Postbote nimmt jetzt hier mal die Ecke ein, ne? So. Und hier noch so eine Ecke. So. Zwei Postboten müssen jetzt schon sein. Damit wir hier so ein bisschen Post verschicken können. Weil die... Wie kann... Wie kann das? Ach ja. Menschen. Die hier drüber wollen. Ich hätte es mir denken können. Wo laufen denn die alle hin? Die laufen jetzt nach hier hinten? Nach hier rein? Zu der Ampel? Warten hier? Warte mal. Ich brauche mal so Menschen. So. Kann ich denn eine Route an? Läuft der nach Hause? Warum laufen die zu Fuß? Weil der läuft von dort bis da zu Fuß. Ich brauche hier so eine allgemeine Traffic. Also sozusagen hier eine Linie, hier eine Linie und hier eine Linie, die nach da führt. Gefühlt. Aber mit U-Bahn. Ich fände eine Monorail mega geil, aber ich glaube, die würde hier nur rausstücken. So wie ich mich kenne. Oder wir bauen eine U-Bahn. Aber Leute, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr einen Daumen nach oben da habt, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.